Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Young IFA Magazins hier von der internationalen Funkausstellung 2011. In die heutige Sendung haben wir unter anderem für euch gepackt. Wir haben kuriose Technikspielereien hier auf der IFA für euch entdeckt und wollen auch einfach mal hinter die Kulissen der IFA schauen, um zu erfahren, wie so eine riesige Veranstaltung überhaupt geplant und organisiert wird. Ganz genau. Jetzt geht es aber erst einmal um Sarah Lee. Sie erklimmte gerade den deutschen Pop-Himmel und hat sich dafür schon mal ein ziemlich ausgefallenes Styling zugelegt. Oh ja, eine Haarfarbe jenseits des Regenbogens, wie ihr gleich selber sehen werdet. Und unsere Kollegen haben die Pop-Newcomerin aus Hamburg Backstage getroffen. Wir sind Backstage im Sommergarten der IFA und vor mir steht die talentierte Sängerin Sarah Lee, die gleich ihren Auftritt hat. Hallo Sarah, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich freue mich einfach, wenn ich gleich auf der Bühne stehe und einfach singen kann und Party machen kann. Okay, das ist top gestylt, sehr schön. Mich interessiert, wie viel Zeit braucht man, um so auszusehen? Also ich komme aus Hamburg und bin jetzt drei Stunden hierher gefahren und ich habe mich eigentlich während der Autofahrt hauptsächlich fertig gemacht. Jetzt natürlich hier nochmal den letzten Schliff, aber ich bin immer so, ich schlafe immer bis zur letzten Minute und mache mich auf der Autofahrt fertig und hier dann nochmal den Rest. Also ja, das hast du alles alleine gemacht. Alles alleine. Okay, wie groß sind deine Schuhe? Ja, meine Schuhe, also ich würde mal schätzen so um die 12, 13 Zentimeter. Wie groß bist du? Nur 1,60. Deswegen trage ich sie. Alles klar. Ist es bequem zu tanzen? Äh, ne. Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ähm, das ist immer der Nachteil der Frau. Frauen müssen immer hohe Schuhe anziehen. Ich wäre auch froh, wenn ich wie meine Tänzer nur Turnschuhe anziehen könnte, aber ach mein Gott, ich meine, wenn es nur das ist. Hohe Schuhe sehen ja Gott sei Dank und dafür gut aus. Berlin! Seid ihr gut drauf? Wuhu! Das war auf jeden Fall sehr überzeugend. Ich habe meine Tänzer für euch heute mitgebracht. Okay, zwei sind schon mal wieder hinter der Bühne. Und natürlich ganz, ganz viele Songs, die wir jetzt für euch spielen werden. Hier kommt Relation Shield! Und jetzt alle Ende nach oben! Wuhu! Mein aufregendster Gig, ähm, das war jetzt vor kurzem. Also ich bin ja, ähm, bei dem Marco Hook, bei dem Boxer aufgetreten und habe seine Einmarschhymne gesungen bei der ARD, jetzt am 16.07. war der. Und das war schon sehr aufregend, weil das war mein erster großer TV-Auftritt und auch Millionen Zuschauer saßen halt vorm Fernsehen und das war schon echt, äh, ja, aufregend. Vor allem, ich hatte auch meinen ganzen Freunden Bescheid gesagt und meine Freunde, deren Freunden. Also ich wusste wirklich, dass alle zugucken. Und das war natürlich echt, pfff, also sehr aufregend. Aber cool! Welche Nachteile bringt so eine Musikkarriere mit sich? Also für mich überhaupt keine Nachteile. Also das ist ja das, was ich will. Und, ähm, also eigentlich nur Vorteil. Es macht mir Spaß. Es ist mein Traum und ich will den endlich verwirklichen. Okay, noch eine letzte Frage. Äh, wie sexy siehst du aus, wenn man dich zufällig im Alltag trifft? Genau so oder ganz normal? Ganz anders. Doch, ganz anders. Auf jeden Fall. Meistens eigentlich keine hohen Schuhe. Ähm, äh, eher leger, sportlich. Also ganz gechillt. Deine natürliche Haarfarbe ist, nicht blau, ist Blonde. Ja. 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 Das war wirklich eine tolle Performance von Sarah Lee. Sag mal, weißt du, was das hier eigentlich ist? Also, es sieht aus wie ein Bildschirm, aber wofür genau, muss ich ehrlich gesagt passen. Keine Ahnung. Ich glaube, Helena hat sich die gleiche Frage gestellt. IFA ist wie eine Wundertüte, die uns immer wieder mit dem neuen, innovativen Design überrascht. Aber manchmal weiß man gar nicht mehr, was für ein Produkt sich hinter dem Design versteckt. Haben Sie eine Idee, was das für ein Produkt sein könnte? Sieht aus wie ein Staubsauger. I would say it's a radio. Keine Ahnung. An iPod-Dockingstation. What do you think, what is it? I think it's a speaker. So, a microphone. Das könnte ein Mikrofon sein. I don't know, for bird voices. So in etwa, so da einfach reinsprechen. Boxe. And there's a dizzy chain effect feature where you could loop them around and you'll all play the music at the same time. Ups, und wonach sieht das denn aus? Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas nur für Frauen. Aber doch nicht das, was ihr denkt. Damit sich die Messbesucher dazu natürlich noch vieles mehr anschauen können, leisten die Veranstalter schon zwei Jahre vorher wirklich Schwerstarbeit, wenn es darum geht, wieder die IFA zu organisieren. Mit durchschnittlich 250.000 Besuchern und über 1.000 Aussteller muss jedes Jahr gerechnet werden. Ein enormer Aufwand also, den Dirk Koslowski, seines Zeichens Projektleiter der IFA, dort zu bewältigen hat. Nathalie und Christine haben sich genau darüber mit ihm unterhalten. Wir begrüßen Dirk Koslowski, den Projektleiter der IFA, der sehr beschäftigt ist, aber für uns heute ein paar Fragen beantworten wird. Und zwar, wie lange dauert denn die Planung ungefähr? Ja, also sehr gerne und erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben viel Zeit auf der IFA, wir besuchen nicht nur unsere Kunden und Aussteller und den Handel, sondern natürlich stehen wir auch Rede und Antwort. Ganz ehrlich, um es kurz zu machen, die Vorbereitung dauert so circa zwei Jahre. Wir haben im Prinzip 2009 damit angefangen, die IFA 2011 bereits vorzubereiten. Wir hatten im letzten Jahr eine riesige IFA, ein riesiges Jubiläum. Das war nämlich die 50. Veranstaltung. Umso schwerer war die Bürde in diesem Jahr, wie wir dachten, die 51. Aber wenn ich mich hier so umschaue, ich glaube, ich schaue in ganz glückliche Gesichter. Das ist schön. Und wie ist dann die Bedeutung und die Entwicklung der IFA? Ja, die IFA ist eine der ältesten Industriemessen in Deutschland überhaupt. Die erste wurde 1924 durchgeführt, auch hier unter dem Funkturm. Damals schon 260.000 Besucher. Das war sicherlich ganz spannend. Dabei gab es damals nur Radios zu betrachten, also riesige alte Holzkisten. Albert Einstein war ein Keynote-Sprecher mit der erste auf der IFA 1931. Und so ging die Entwicklung immer weiter. Das Farbfernsehen wurde eingeführt auf einer IFA. Willy Brandt drückte damals auf einen legendären roten Knopf. Und nicht zu vergessen, als wichtiger Meilenstein, 1997 wurde hier im heutigen Techwatch das allererste Mal eine Kodierung eingeführt. Die nannte sich MP3. Da waren alle skeptisch und dachten, na was soll das eigentlich? Weniger haben es damals wirklich ernst und wahrgenommen. Und siehe da, drei, vier Jahre später hat es die gesamte Musikindustrie revolutioniert, auf den Kopf gestellt und fast in die Knie gezwungen. Also hat die IFA eine sehr große Bedeutung? Also technologisch in jedem Fall. Heute aber noch viel, viel mehr für den Handel. Denn seit so etwa sechs, sieben Jahren macht die IFA alles für den Handel und zwar international. Es gibt keine Messe weltweit, die in der Unterhaltungselektronik und jetzt auch seit drei Jahren, die in der Elektro- und Hausgerätebranche so viele Fachhändler international anzieht. Und so nebenbei, Medienvertreter gibt es auch nirgendwo anders sonst so viele. Es sind 1900 aus der ganzen Welt. Wow. Und zu Ihnen persönlich, was ist denn Ihr persönliches Highlight dieses Jahr? Ganz ehrlich, ich liebe diesen Sonderbereich auf der IFA, der nennt sich IFA iZone. Das ist die gesamte Produktfamilie, die sich so rund um Apple-Produkte aufstellt. Ob das jetzt Lautsprecher sind, ob das einfach Apps sind, die dort gezeigt werden. Und da gibt es eine ganz schicke, nämlich wie man sich eine Krawatte richtig bindet. Und das ist ganz witzig. Das ist gut. Und das absolut Schrägste, was Sie hier gefunden haben? Ganz ehrlich, das Schrägste würde ich nicht als Schräg, sondern wirklich als Monumentalstes, als Tollstes eigentlich für mich selber bezeichnen. Das ist der Eingangsbereich im Eingang Süd vielmehr. Wenn Sie dort die Waschmaschine sehen, die Siemens dort aufgebaut hat, BSH, das ist gigantisch. Wenn man durch dieses Tor schreitet, man bekommt wirklich die Emotionalität eines solchen Messeauftritts zu spüren, wann man riecht. Also es wird dort mit Düften gearbeitet. Man hat Displays in Form von Wäschetrommeln. Da wird Content angezeigt. Also das ist wirklich Emotionalisierung pur. Und das machen wir auf der IFA. Wir emotionalisieren Marken und neue Produkte. Super, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und ich bedanke mich gerechtfertigt, dass Sie so viel Zeit für uns hatten. Dankeschön. Ja, was wäre eine große deutsche Messe ohne Oktoberfest? Gar nichts. Deswegen hat sich Maurice jetzt mal unter das fröhliche Festvolk gemischt und wir schauen mal, was er da so findet. Woher sind Sie aus? Taiwan. Taiwan. Und wie magst du das Oktoberfest? Oh, ja, es ist sehr bekannt. Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe schon die Oktoberfest in München gekannt. Und was essen Sie? Huxen. Huxen? Ja, und Weißwurst. Weißwurst? Ja. Sehr gut. Wie magst du die Musik? Ja, es ist sehr gut. Und ich denke, es ist eine sehr traditionelle deutsche Song. Okay. Okay. Das macht dich glücklich und glücklich. Also, manchmal für diese Musik in Deutschland sind die Leute zu beden. Und dann zu beden. Daher kommen Sie her. Wir kommen aus Betzdorf. Betzdorf? Wo liegt das? Sagen wir mal so, dort werden die Wolf-Rasenbär hergestellt. Wenn es nicht das was sagt, die Gelb-Roten. Rheinland-Pfalz. Oh, Rheinland-Pfalz. Und was machen Sie hier auf der IFA? Ja, angucken. Alles oben. Und da muss man auch beim Oktoberfest gewesen sein? Ja, gut. Das hat sich so ergeben. Okay. Und das spürt, schmeckt? Das schmeckt. Das ist auch gut. Und essen Sie auch noch was? Nein. Nichts essen. Der junge Han aus Taiwan da vorne isst Huxen. Aber das ist nichts für Sie? Nein, ich muss auf der Liendjagd. Okay, dann wie lange bleiben Sie noch auf der IFA? Nur heute. Nur heute. Und sonst in Berlin noch? Ja, morgen fahre wir zurück. Dann, danke schön. Okay, das war es vom Oktoberfest. Ja, so als Messebesucher wird man ja hier mit unzähligen solcher Werbetüten zugeschüttet. Unser Reporter Maurice hat sich mal angeschaut, was sich denn da so drin befindet. Gibt es hier was umsonst? Kommt mal ganz in diese mit. Nein, nein. Was haben Sie so in Ihrer Tüte drin? Ja, das ist mit mir. Willen wir mal reingucken? Ja, bitteschön. Tüte? Oder Informationsmaterial. Wo ist das denn? Willst du sagen, was ich sagen? Nein. Nein? Ich habe viele Presse-Kits und Presse-Materialien. Schlüsselhalsbänder. Tüten? Ich habe noch keine Tüten gesehen, ehrlich gesagt. Geil! Holger, wie war der Tag? Einmal frei. Ja, das war ein langer Tag auf der IFA. Wir haben viel gesehen, viele Tüten. Wir sind viel rumgelaufen. Und jetzt machen Vivi, Tatjana, Sophie und ich Pause und Schluss für heute. Tschüss! Tschüss! Tja, und unsere Sendung ist jetzt aber leider am Ende angekommen und wir müssen uns von euch verabschieden. Genau. Morgen begrüßen euch dafür an dieser Stelle Lara und Helena. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen wieder anschaltet um Viertel vor neun im Alex. Und wenn ihr euch die ganze Sendung nochmal anschauen wollt, dann tut das doch bitte auf unserem YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.